In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich... So ihr Lieben, wir haben jetzt Pizza bestellt. Haben auch gegessen, aber das ist jetzt kurz zur Tankstelle. Schaut mal, ich hab mich sowas von verbrannt. Mein Handy ist zwischen das Bett gefallen. Also genau dazwischen, wo du die Kopfstütze dran hackst, sozusagen. Ich hab meine Hand da reingetan, rausgeholt. Das hat so angefangen zu brennen. Das tut immer noch so weh. Ja, naja. Man kann jetzt nichts dran ändern. Also das ist auf jeden Fall zur Tankstelle. Ich mach kurz noch mal ein paar Themen drauf. Ja, schau, vielleicht... Rina ist bei Oma und ich war bei Freimark. Ich hab wieder für ein Euro ein paar Sachen engertan können. Ich zeig euch das mal. Das war für mich. Das hat nur noch 1 Euro gekostet. Dann einmal diese Hose für Lina. Also Pyjama-Hose für 1 Euro. Das steht ja momentan voll auf. Ein Minimaus oder eine Mickey Maus. Dann... Dazu... Obwohl, dazu passt nicht. Aber nochmal Minimaus. Also das kostet jetzt alles 1 Euro, was ich zeige. Und dann einmal Stitch. Das ist ein bisschen größer, aber ist ja nicht schlimm. Nächstes Jahr kann sie das anziehen. Dann einmal die Hose dazu passen. Die sind ein bisschen groß, die Hose, aber ist auch nicht schlimm. Auch für 1 Euro. Dann noch eine Mickey-Hose. Mickey und Minnie-Hose. Auch für 1 Euro. Dann für Lina diese Jogging-Hose. Das ist jetzt Größe. 9 bis 15 Monate. Da steht dann hier immer 1 Euro drauf. Dann einmal dieses Oberteil auch für 1 Euro. Dann halt das. Und für mein Schatzilein habe ich noch die zwei Sachen mitgegeben. Und zwar einmal hier Donut. 1 Euro. Von 7 Euro, oder? Ja, von 7 Euro auf 1 Euro. Und das von 5 Euro auf 1 Euro. Da drückt man hier drauf. Richtig süß, oder? Schade, dass es kein Mini gab, aber nicht schlimm. Lina kriegt das dann, wenn sie zu... So, ihr Lieben, sie ist immer noch nicht da. Und Lina hat ihr Paket bekommen. Lina hat nämlich von Hauschka Verlag ein Malblick und ein Kindergartenblock zugeschickt bekommen. Und eine Krone. Zeig mal deine Krone. Hier. Wow, schön. Ich meine, ich habe so eine Krone. Nein. Das gehört Lina, ne? Ja, eine auch. Ich zeige euch mal kurz die Malblicke. Und zwar ist das einmal hier ein Malblock Tiere im Zoo. Das ist dann... Wie sieht das aus? Also auch dieses Malen nach Zahlen, das werde ich darüber machen. Und wenn man fertig ist, kann man die Papiere da oben rausreißen. Warte, was haben wir denn jetzt gezeigt? Das ist hier im Zoo, das haben wir gezeigt. Dann haben wir hier einmal einen Malblock mit Märchen und Zauberei. Warte, Lina, darf ich kurz das mal zeigen? Danke. Und so ist das einmal dieser Malblock hier. Die Bilder, 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 bitte. Genau. Ausmal Bilder, Bilder zeichnen von Punkt zu Punkt. Ich habe das als Kind geliebt, dieses Punkt zu Punkt malen. Mandala ist inklusive zehn Motivkarten zum Verschicken, ideal für zu Hause und unterwegs. Das könnte man auch jetzt mitnehmen, wenn man im Sommer so schön irgendwo ins Restaurant geht, was isst und draußen isst. Und dann einfach hier ihr Mäppchen und dann kann sie malen, während Mama und Papa am Essen sind. Und dann das selbe nochmal, das ist dann eher für Jungs, aber Lina liebt auch den Notarzt, die Polizei. Ich glaube, das lieben alle Kinder eigentlich. Und zwar einmal, das ist der Malblock. Notarzt, Polizei und Feuerwehr. Tabüter und Dö, 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 Dö. Genau, das ist einmal Notarzt, Polizei und Feuerwehr. Und das sieht dann so aus. Hier ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie hier die Feuerwaffe. Wir malen jetzt zusammen. Und zwar ist hier noch ein Buch, ein Block. Kindergartenblock, Gemeinsamkeiten und Unterschiede ab vier Jahren. Ich mache jetzt hier irgendwie so auf, zum Beispiel hier Gemeinsamkeiten erkennen. Ich denke mal, welches Tier kann fliegen, dann müsste man hier die Maus wegstreichen. Aber ich glaube, dafür ist Lina noch zu klein, was ich sehr, sehr gut finde. Aber ich finde das sehr gut. Und die Blöcke kosten nur, so, die Blöcke, die, so, die Blöcke kosten jeweils 3,90, finde ich total günstig. Okay, ich habe jetzt damit gerechnet, dass sie teurer sind. Aber ist total günstig für 3,90. Ja, Beistand. Und dieser Kindergartenblock kostet 94, die haben auch noch andere Bücher. Und was die Lina noch mitgeschickt haben, ist einmal meine Kundtherro bunte ABC Burg. Einmal das, die Krone wie gezeigt und einmal meine Zahlen von 1 bis 10. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. If you just kiss me slowly and hide me in your arms If I could make you see it, baby, would be something Something to make the star light jealous of us Oh, you make me okay Lights go out when I see you moving up Hey, light me up I love when you're gonna light me up Ta 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 ta, der Papa ist da und Lena ist weg Siri, was willst du machen? An ihrem Finger lutschen So, wir fahren jetzt los und melden uns dann, wenn wir draußen sind So, ihr Lieben, wir sind jetzt draußen Bei Mangal Burger sind wir Der Laden sieht super toll aus, ich zeig euch den mal I don't know if you can tag it I know you wanna see me ding- Solar I sẽ be there, I love day So, Freunde! Der Kollege ist krass, warte, 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 ich hab dich gesehen, ja. Hast dich aufgemacht, ey? Nein, ich hab dich gesehen. Der macht ja Tricks und so. Ich hab dich gesehen. Waaay! Diese, 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 esse ich gleich diese. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Ja, wait a minute, wait a minute, don't you leave before I get to kiss ya. Wait a minute, I don't wanna be without you. Yeah, wait a minute, wait a minute, I can let you go before I get to kiss ya. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Ich hab mir hier die Zeitung geschnappt. Audel und Lina, Lia sitzen hier. Mit Lina haben wir kurz telefoniert, aber sie hatte keine Lust auf uns. Wir haben jetzt ein Elsa-Puzzle mitgenommen bei Teddy war das, ne? Für 5 Euro und einmal Block. Dann haben wir Burger essen. Die Bürger haben ganz okay geschmeckt, aber ich hab nur die Hälfte vom Burger geschafft. Das ist mir zu fettig. Dann ess ich lieber ein ganzes Blumenkohl. Nein. Genau, wir werden jetzt ein bisschen runterkommen. Danach muss Lia wieder schlafen. Sie ist nämlich wach. Ja, und sonst gibt's nix mehr heute bei uns. Pampers im kleinen Zimmerschutz. Auf dem Boden. Ja. Lia, 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 Lia. Die ersten Pampers werden jetzt gewechselt. Und ich beantworte jetzt Kommentare. Ich bin auch ganz fleißig am Antworten, ne? Heute. Okay. Allahümneidegünahum.